Karnevar Leute eingestellt eigentlich, bis dann gestern Feststand, oder ich glaube am Freitag schon festgelegt. Doch, wir wollen unbedingt spielen, wir spielen. Wenn du im Vorstand auch mit drin bist, kriegst du sowas mit, wer entscheidet sowas? Genau, Ostern rum, wird immer nur gesagt, ne? Genau, grünen Donnerstag oder Ostermontag. Aber ich denke mal, da wird der ganze Verein wieder hinfahren. Du setzt dich da links mal gut durch jetzt, die Flanke kommt. Und die Flankeblätter, ah, im Nachfassen hält Pascal Kuckert den Ball fest. Gut aufgepasst von Maasmann. Wieder links raus auf Bredol, wenn ihr was geht im Moment viel über links. Freike kam richtig gut. Malte kratzt den Ball leider nicht mehr. Abstoß für Pauli. Vermisst du denn das, nass werden? Oder generell das auf dem Trainingsplatz zu stehen? Ja, es ist schon so, ähm... Man hat ja so... Neu ist durch, Niko Toben, der Ball kommt. Schade. Gut gespielt. Da lief. War das Halbspiel, genau. Auch die Ecke kam wieder gut. Niko Starr, der hat es schon. 1 zu 0 für Blau-Weiß-Lohne. Tor durch Niko Toben. 33 Minuten. Ball noch leicht abgefälscht. 2 zu 0 für Blau-Weiß-Lohne. Auch gut reingetreten. Sehr gut. Und auch zum Hintergrund. Ganz guter Zustand. Das stimmt. Geht auch schlechter. Also von daher war es eine richtige Entscheidung bislang, dass wir auch gespielt haben. Richtig. Natürlich auch wegen dem Ergebnis aktuell. So, jetzt gedanklich nicht in der Kabine schon gehen, sondern gerade vor der Halbzeit wach sein. Geht viel über Kim, der logischerweise tief gesucht wird, in den Fuß gespielt wird. Der Ball war richtig gut. Der Ball wird quergelegt und das wird direkt bestraft. Und das ist das 1 zu 1 durch die Nummer 22, wie wir die gesehen haben, Niklas Jessen. Der Ball war richtig gut. So, jetzt. Lee war schneller als Marsmann da gerade. Gefällt mir ganz gut bei St. Pauli. Viel geht über Lee. Jetzt kommt Klausen, der vorne den guten Pass hatte. Da hat er wieder einen guten Pass. Wieder auf Lee, der legt ihn auf rechts rein. Der Ball ist drin. 47 Minute. Ha, das 1 zu 2. Warst du denn noch in Damme? Nein. Das ist kein Karnevalist. Nein. Kuba aus seinen Linken. Legt sich den hin. Gute Schusschance. Guckst du heute Abend, Superbull ist es auch nicht deins. Doch, 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 doch. Also, das muss man ja gucken. Also, das ist schon sehr interessant. Oha, Luftlach von Owei. Nein, 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 nein. Der Heber wird bestreckt, auch bestraft. Starke Macht davon. Wird hochgehoben. Wollen wir uns gleich die beiden Tore noch angucken vom Spiel? Bevor jetzt noch ein drittes passiert oder vielleicht Elfmeter gibt es? Nein, zum Glück kein Elfmeter. Aufpassen, aufpassen. Oh, gut gehalten. Guter Schuss, gut gehalten. Kurze Ecke. Die Ecke gibt er auch nicht. Das Spiel ist vorbei. Das Spiel zwischen Blau-Weiß-Lode und St. Pauli. Ende 3 zu 1 für St. Pauli.